Hast du schon mal durch eine dicke Milchglascheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Herr Kahn, warte. Mein Name ist Fred, ich bin der Personalleiter hier. Entschuldigen Sie. Max Schröder, unser Termin war vor über einer Stunde. Vollsperrung, ich kam wieder vor noch zurück. Haben Sie vielleicht im Radio gehört? Ich hab's gehört. Ich schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Keiner hat was gemerkt, die haben die ganze Zeit gedacht, dass ich ganz normal sehen kann. Ich wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du also bitte verrat, Cam? Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen. Links sechs Stufen. Sorry, sieben Stufen. Aua! Ich bin übrigens Hani. Ihr Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Wir hatten alle durcheinander, ich kann mir das heute nicht merken. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Wo ist er denn? Da, im Sandkasten. Du bist kurz davor, das ganze Kartenaus, das hier so mühevoll aufgebaut ist, mit dem Arsch wieder einzureißen. Zali? Was ist los? Was? Na, Zali, such mit! Ich kann nicht mit suchen. Ich kann nicht sehen! Rauschen! Das war immer mein Plan. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. No way. Was, ich find's? Ja! Ich werd das Träum nicht aufgeben, auf keinen Fall. Ja! Fiss nächste Zников mesmo! Das war'sells! Ich bin übrigbert. Ich liegt daran zusammen zuvor. Untertitelung des ZDF, 2020